Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Nunde Transformers Fall of Cybertron Multiplayer Oh Leute, da kommen die Gegner! Da kommen sie! Ach Leute, da spielt man ein paar Wochen keinen Filmformer mehr Und was kommt? Bam, Gegner, 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 Gegner Und der kommt mit... Ah, mit was kommt da mit? Gar nichts! So, Entschuldigung, ich muss da weg Ich weiß, du wolltest mich abschließen Ah! Luftcrash, sehr geil Ja Leute, wir spielen mal wieder hier Transformers Irgendwas Fall, Rise Dingsbums Kampf um Cybertron Wir sehen schon mal, unser Team verliert hier Aber kaum komme ich, hole ich hier schon mal die ersten richtigen Kills für unser Team Ah! Zecker, Boom! Okay, ja, wir sind hier in die Runde gerade eingestiegen Unser Team liegt natürlich hinten Und Leute, ach Leute, es ist ein Graus mit Transformers Ich sag doch, ich sag's immer wieder, Leute Ich wünschte mir, keine Ahnung Irgendjemand wird die Spiele-Lizenz kaufen Der Spiele-Reihe Und dann einfach sagen Ey, das ist ein Graben gefallen Hier würde ich einfach sagen Oh, hallo Na, wie geht's euch so? Also ich frag hier bloß, okay Ja, interessiert mich eigentlich auch nicht Leute Und schon hier auf Platz 2 der Best-Liste Ich hoffe, irgendwann kommt noch ein Publisher Keine Ahnung, nicht Ubisoft, nicht EA Und sagt, irgendjemand cool ist Keine Ahnung, Rockstar Wir sind ja kein Publisher, aber Keine Ahnung, Rockstar kauft jetzt schon eine Formel-Lizenz Und die sagen jetzt Ey Leute, wir haben jetzt schon eine Formel-Lizenz Und das Erste, was wir jetzt erstmal einführen Ist, dass wir den verkackten Scheiß-Matchmaking Aus den Spielen raus tun Wir sagen jetzt einfach, ne, Matchmaking ist das, äh, das, das Böse Das Böse einfach Und, äh, ja Tun hier einen vernünftigen Server-Rowser rein Aber, ne, das wird wahrscheinlich nicht mehr geschehen Trotzdem, es werden die Hoffnung stirbt zuletzt Und ich hoffe immer noch Sehnsüchtig auf ein Transformer-Game Was mal kein Matchmaking-Pool hat Und man immer hoffen kann Ja, kackt die Spielnummer ab Ich, Leute, ihr seht, ich bin so verzweifelt Ich nehm hier Mitten in der Runde einfach mal So ein Spiel auf Einfach nur Äh, übrigens, ich bin hinter dir Einfach nur Damit ich hier Alter, was machen denn da alle oben mit ihren coolen Stunts da Was ist denn mit euch los, Mann Rock da, rock da Rock, 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 rock Oh nein, nicht diese scheiß Energon Oh, ihr seid so mies Ihr seid gar nicht cool Egal, Leute Ich, ich bringe unser Team schon noch zum Sieg Weil, Leute, ihr wisst ja MC Mafix Best Game of the World Ähm, also, Leute Zumindestens, ihr kennt mein Problem Matchmaking ist böse Ich erzähle es immer in jeder neuen Aufnahme Es kam jetzt ja eine Weile wieder nichts, Leute Und das lag auch wirklich Ich hab mir ja vorgenommen Im neuen Jahr Transformers hier wieder Äh, aufzunehmen Wir haben uns ja das große Ziel gesetzt Den Prime-Modus zu erreichen Und wir sind immer noch gut dabei Werden wir schon irgendwann mal hinkriegen, Leute Ihr wisst ja Best Fucking Game of the World Und ja, so ein Krimskram Zack, da kommt der Panzer Kommt der Da kommt der Da kommt der Da Fliegt er Ich bin echt schon erster, Leute Alter, man Singles Ey Leute, es ist voll furchtbar Ich glaub Ich glaub, das ist meine YouTube-Prestige, Leute Okay Ich führe unser Team, glaub ich, trotzdem Mal zum Sieg Aber, Leute Das ist einfach mal meine Meine YouTube-Prestige Glaubt mir Da, da Da haben sie Da haben sie gesehen Yo, Leute Der MC Mafix Der ist YouTuber Den Den kennen mehr als zwei Leute Ich stecke hier übrigens fest Und kann mich nur noch selbst abschließen Das ist gar nicht mehr so geil Oh Nein 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 Ja, so kann man den Gegnern auch helfen Und dann haben sie einfach gesagt Leute Wir bauen im MC Mafix einfach mal überpowerte Waffen ein So Das war hier natürlich nur wieder eine wunderschöne Trainingsaufwärmrunde Wie man es auch immer nennen will Weil Ihr kennt es ja, Leute Wir müssten ja Theoretisch Nein, wir sterben nicht als letztes Wir sterben als Kalt als letztes YouTube-Prestige Vor allem Ich sterbe nicht als letztes So Die sagt mir jetzt einfach mal Nein, nein, nein Du stirbst nicht Du stirbst nicht Du stirbst Ja Ich wollte den nur retten Wir müssen ja mit den anderen Klassen spielen So Das war hier Die erste schöne Aufwärmrunde, Leute Eigentlich gar nicht mal schlecht, Leute Ich bin eingestiegen Als die Gegnern 20 Kills schon hatten, Leute Und dann mache ich einfach mal 11 Also Respektabel eigentlich Muss man mal ehrlich sagen Aber naja, Leute Ihr wisst, erwartet Die MC Mafix Da war dann mal nur das So Beim nächsten Mal wird es ja wieder echt cool, Leute Wir werden dann wieder mit allen Klassen spielen Und ich bitte Diese Lobby, dass die nicht auseinander fliegt, Leute Dann nehme ich jetzt am besten gleich 100 Parts auf Dann seid ihr hoffentlich zufrieden Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao Ciao